Dass die Panita und die Suche nicht mitgekommen sind, ist falsch, Schott, Leopold. Ist sie nicht ausgegangen, Oma? Warum ist denn gerade heil ausgegangen, die Panita? Ausgegangen ist es sich nicht! Naja, die Panita spricht halt jetzt ein bisschen Deutsch und versteht, was der Leopold den ganzen Tag für einen Schmander herrät. Und weg quasi! Oh, jetzt gibt es hier! Ist das Fleisch hier alles frisch? Wenn Sie herlangen, können Sie sogar noch den Puls füllen. Schauen Sie Ihren Kumpel, da soll man die Kirche loslassen! Auf der Stelle! Das ist ein französischer Toy-Pudel. So ein Rassahund kostet mehr als jemals verdient werden. Was war jetzt das für ein Gefährt? Ein Mercedes-Höfz. Wenn die ein Auto wären, die wären Ferrari. Wiedersehen! Und während die Mary und die Kids weg sind, werde ich den Ferrari-Start hin. Fotografieren Sie unsere Kinder? Das handelt sich um ein Missverständnis. Der junge Mann fotografiert mich. Harkbomb kaputt! Kann der Herr Kranführer den Unfallhergang vielleicht ein bisschen genauer schildern? Ein mieses Karma-Handit in Neuhofers. Du, das magst du nicht einmal geschenkt. Wer jetzt? Eberhofer, wir ist zu einem gekommen, dass Sie schon wieder ermitteln. Haben Sie sich über den Marschalter gesehen? Ich fühle doch nur Ihren Auftrag aus. Meinen! Haben Sie was eingemoffen? Eine Ekstasi? Oder was? Aber auch, gell? Sie verrennen sich da in was. Jeder Unfall ist gleich ein Mord. Ich wollte auch eine anständige Spurensicherung. Und ich hätte gerne ein Sektfrühstück mit der Christin Neubauer. Schauen wir mal, wie jetzt her das Glück hat. Dreiviertel einer Familie ausgerottet in kürzester Zeit. Hammer, oder? War schon echt ein Dreifach-Mord. Gratuliere zum Triple. Sie sehen Gespenster, Eberhofer. Es gibt keinen Neuhofer-Fall. Ende der Diskussion. Sussi, jetzt warte halt. Oh nein, Sussi! Du bist ein Schwein. Ein Hinterfurziges. Sssst! Sag euch her, was du angehigt hast! Wer ist denn plötzlich der Frugfahren, wie er umgesenkt, die Sau? Keine Sterne in der Tee Ey, Plötzinger! Ist alles klar? Sie schlägt sich in seinem Karton. Oh.